Was geht bis 43? Egal, ich hoffe ich trotzdem. Glaube ich. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja Meister heraus, bla bla bla. Fick dich. Du 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 du. Oh, Stillflash. Was los? Oh. Warum hast du dich gemutet, du Arsch? Ich hab's grad getelefoniert, getelefoniert vor allem. Tschüss, morgan, morgan, zack. Mal auf Blick gesetzt. Ein Slime-Mog. Eine Schleimspur. Eine dicke, fette Schleimspur ist das. Ach, hat keine Wirkung. Scheiße. Kann ich nicht einschläfern? Fack. Unfusion, Attacke. Mach. Hörst du mal X-Angriff ein, dass du mich nicht besiegen kannst? So ein Flash hat sich schon wieder gemutet. So. Jetzt kannst du noch weitergehen. Ach, das ist nur nervig. Zehn Nachrichten von einer Person. Also was wollen die von mir? Die Menschen, Menschen. So ein bisschen falsch gesetzt. Aber naja. Äh, wir können mal da oben ein bisschen, glaube ich, trainieren, oder? Noch ein Smogon. Wer hätte das gedacht? Was als Huf? Oh, Abra. Wie soll das mit einmal... Dem habe ich das Vieh doch eingeschliefert. Mit einmal nicht. Ah, jetzt. Schnaufe gut, du trägst Vieh. Er macht nett sein. Bin ich doch. Ne, bist du nicht. Tschüss. Zack. Ja, meine Maus war nicht immer Bild, weil ich wieder raufklicken muss. Da ich ja immer noch ein X draufmach, auf die besiegten Gegner. Smog Morg. Smog Fuck. Smog Fuck. Smog Cock. Smog Hat keine Wirkung. Gift schadet mir. Finale. Ja, selbst mal Finale ein. Super. Und tot. Nein, 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 nein. Oh, mit CnaP überlegt. Das war's mit Goga. Alter. Hab geschafft. Mit einem Pokémon. Ich hab einfach mit 7 durchgeguckt. Kämft. Cheater. So. Das ist halt, dass du cheatest. Nein, tu ich nicht. Klar. So. Ich hab keinen Platz mehr für ein Item. Mir egal. Irgendwas rausschmeißen. Ja, keine Ahnung. Komm, top, er da. Er da, er da. Für welche soll er nahet werden? Hat keine Hilfe. Und klick, klick. Ah, nee, zurück. Nur trainieren, nur trainieren, nur trainieren. Nichts anderes machen. Das war natürlich komisch. Hat ja gar nicht dich dann krieg. Ich weiß noch, wie lange ich da früh dran gesessen habe. Damals ist man vor jedem Gegner wieder rausgegangen und wieder reingegangen. Jaja. Hypno wurde besiegt. Wegen dem Gift. Oh. Ja, mega. Scheiße. Jetzt muss ich die ja noch da rein. Surfer holen. Oh, viel Spaß. Welchen Pokémon habe ich denn bei Sabrina genommen? Sorry, Leute. Ich muss ganz kurz was ändern. Dann Poppes. Hier hört ihr die Musik. Und Flashlaber. Nee, ich labere nicht. Habe ich keinen Bock zu. Warum sollte ich denn? Habe ich gar keinen Nerv zu. Nö. Apollo, Dragonia. Ja, ich brauchte ja Kohle. Stimmt ja. Warum brauchst du Kohle? Man konnte, warte mal. Man konnte doch in irgendeiner Stadt dieses komische, ähm... Dies Fossil abgeben, oder nicht? Nein. Doch. Bist du denn da drauf? Aber wo war das nochmal? Mamoria City, du Vogel. Okay. Du hast echt keinen Plan mehr. Nö. Hm. Iiii. Mam, mam. Äh, hier oben, genau. War das jetzt hier drunter? Ich glaube hier. Legen. Tschüss, Hypno. Nein, ich will keinen Eintritt zahlen. Nein. Tschüss, Hypno. Außer wir müssen... Weißt du, Kinder... Weißt du, wir spielen mit Pokémon, ne? Und ich muss nur als Kind bezahlen. Das ist eine Frechheit. Ja. Und wir sind voll diskriminiert. Eui doch, du kleines Kind. Da war er, wo sie auch noch ist. Nebulak, ich hab noch nicht mal einen Alpau doch. Passt schon. Muss ich ein bisschen trainieren. Vor allem. Brauche ich das ja eh jetzt einfach. Ich hab keinen weiteren Platz im Inventar. Ähm. Wiege. Kann ich den noch ausschmeißen. Ich kann nichts ausschmeißen. Das ist meine Idee. Ich glaube, ich hab generell zu wenig Kohle. Warum hab ich auch Dragonier genommen. Das weiß ich nicht. Weil ich hab immer noch den schnellen Speed an. Etwas schnelleren. Ja, ich hab ja das auf ne Tasse gelegt. Speed. Kann ich mal einstellen. Äh. Bild, PC. Ah, ne. Da kommen ja nur Pokémon rein. Das ist generell, dass du auch ne Tasse da schon drauf hast. Mit schnellen Speed. Mondstein brauche ich nicht. Superbälle, Supertrunk, Karte, Meister. Den Meister, weil den behalte ich. Ich glaube, das war 2. Den Liftöffner braucht man. Ja, den braucht man ja auch wieder. Ah, ich kriege ihn. Ja. Ja, die Bälle auch. Ähm. Trattini, 2,8. Schrecklich. So, wieder zur Schneider. Dass man da nicht die Pflanze anklicken kann, ne. Das war bei den neuen Teilen viel besser. Ja, das ist auch. Muss nicht über das Pokémon-Menü gehen. Das stimmt. Bede. Lass das im Pokémon untersuchen, Flascheltern. Hä, in welchem Pokémon-Labor? Willst du mich verarschen? Ach, nö. Dich will keiner verarschen. Du bist einfach nur zu blöd, den Eingang zu finden. Ich weiß, wo der ist. Sag ich dir aber nicht. Ich weiß, wo der Eingang ist. Weißt du was? Nö. Nein, ich weiß nicht, was Bernstein ist. Mann, geh weg. Was? Was ist denn das scheiß Pokémon-Labor? Ich weiß, wo das ist. Wie gesagt, sag ich dir aber nicht. Nein, ich muss das zum Bernstein hier wegbringen. Ich weiß. Mann, das ist doch eine Verarsche, die ich spiele hier. In dem Bernstein ist aber zu viel dran. Wo muss ich das hinbringen? Sag ich dir nicht. Ach man, da muss ich gar nicht ernsthaft googeln. Ja. Kannst du machen. Verarsch dich doch nicht, man sagt es mir doch einfach. Nein. Komm schon. Wozu? Das vereinfacht alles. Das vereinfacht ist mir und den Zuschauern. Ach, nö. Okay, ich google. Die lachen dich bestimmt gerade aus. Egal. 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 Egal, sagt auch noch. Dann google ich jetzt einfach fix. Weil das mir ist ja nicht sacht. Pass auf, wenn ich google. Dann ist es da und da. Lager. Oh. Wieder ein bisschen. Bin ich ja. Der verarscht mich ja immer nur. Wer? Oh. Wer verarscht dich? Äh. Also auf der, auf der Insel ab, auf der Insel. Auf der Zinn, Zinn-Ober-Insel. Jetzt weiß ich, wo es ist. So, Pech. Jetzt kannst du nichts dagegen machen, das jetzt weiß ich's. Jetzt sind wir Ober-Insel. Hm. Bla, 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 bla. Hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Das dauert eh noch, bis du hinkommst. Warum? Warum soll ich da noch nicht hinkommen? Ich kann auch da wohl schon hin? Nee. Ja, sicher. Ich nehm tot, tausche in den ersten Slot und schwimme darunter. Ja. Ich schwimme jetzt erstmal da hinten runter. Du bist so ein Faggelt. Ah, geil. Ich kann den Surfer noch nicht einsetzen. Super. Arsch. Deswegen kommst du doch noch nicht hin. Das ist verarsch hier. Du bist aber nur bescheuert. Ja. Mach doch nicht mal eine Genesung, das hilft eh nicht, mein Freund. Dann tauschen wir wieder gegen Lapras. Und fliegende Runde. Warte mal. Ja doch. Die schlägt doch schon. Was denn? Nee, schon gut. Ich bin nur mit mir selbst. Okay, das kann ich verstehen. Oh, ich muss eigentlich voll. Ich muss grad. Nein. Du fotzt nicht. Du weißt, dass du Niesen meinst, aber mir egal. Mädchen. Du 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 du. G'dah.